in diesem video möchte ich dir die spiral of the golden ratio vorstellen was ist das genau und wie funktioniert das ganze ich habe ja neulich die cosmic harmony veröffentlicht und hatte so ein unglaubliches feedback von euch bekommen dafür danke noch mal von euch und viele haben sich gewünscht dass ich diesen einen ausschnitt wo diese diese goldene schnitt diese zehn minuten dass ich das nun mal raushebe und separat in eine eigene frequenz packen das habe ich hier mitgetan weil so viel haben wir geschrieben dass sie genau diese phase so eine krasse bewusstseinserweiterung hatten und mystische zustände dass es wert ist nur diesen einen part rauszutun und separat anzuhören wo keine musik dahinter ist sondern lediglich wo diese gold diese goldene schnitte diese tonleiter die sich aufeinander aufbauen und diese ganze kosmische harmonie erzeugen aufbauen damit man sozusagen sich verbindet mit seinem bewusstsein mit dem kosmischen sein mit der materie die also mit der konstruktion die die materie erschafft und die ganze natur und alles in einer harmonie miteinander verbindet ja dazu ein paar informationen was ist der goldene schnitt genau das ist sozusagen die ist auch bekannt als pi ja das ist so die 1618 formel das heißt du tust a plus b zusammen das ist im mathematischen sinne ein also 0 und 1 ist 1 1 und 1 ist 2 2 und 1 ist 3 3 und 2 ist 55 und 3 ist 8 und so weiter das wir arbeiten mit dem mathematischen prinzip und arbeiten uns die tonleiter so die frequenzen die diese töne erzeugen nach oben und am schluss wird man merken wie das diese krassen harmonien erzeugt und bewusstsein erweitert ja die diese diese harmonie findest du in der natur in blumen in samen in schneckenhäusern in im menschlichen körper das heißt diese diese zehn minuten die du hören wir ist der das ist das was du überall findest in der ganzen natur im universum und in der natur und fall machen der musik kann man eben das machen indem man eben die töne miteinander aufbaut und die ganze sache in harmonie miteinander bringt das ist sozusagen die kosmik harmonie wo die musik auf dieser komposition auf dieser natur aufbaut aber hier geht es lediglich um diese zehn minuten wo nur diese tonleiter kommen wenn du sagst ich will jetzt zehn minuten mich erden mich zentrieren mein bewusstsein erweitern dann hört ihr diese frequenz an ja ich wünsche dir viel viel freude damit und sie ist auch jetzt in der app verfügbar lass dich überraschen was es mit dir macht vor allem wenn du es ich empfehle es dir nicht vom schlafen gehen zu hören weil dadurch kommt so einen erweiterten zustand und die wahrscheinlichkeit dass du einschlafen kannst ist sehr gering das heißt hörst du entweder mit einer schlafen unterbrechung an in der früh oder am tag dann wirst du dort vor allem auch in der nacht oder in der früh mystische zustände erleben können also viel freude damit und wir sehen uns im nächsten video